so und damit herzlich willkommen zurück zu dat space mit 30 fp ist ja gut an ich weiß nicht wo lang doch da jetzt wieder runter ja ist ein bisschen knapp heute wird aufnehmen und na ja hochladen und alles möglichen weil wegen relativ spät ich bin am übrigen was ich mir kaufe ich bin dafür dass wir die ripper uns kaufen warum die ripper ripper ist cool nein nein wie wähle ich dann jetzt noch mal die waffe aus ist eine nahkampfwaffe nein das ist die ripper ich finde die kettensäge aber haben wir eigentlich ripper munition können wir haben wir noch nicht mehr das heißt wir haben noch genau sieben schuss die werde ich nur benutzen wenn wir echt arke bedränglich sind ja wir haben nur die das ist super engel ja doch die impuls verballer ich mal ja und auch das noch mal ja nein das wollte ich nicht noch mal ein shop bitte weil ich ja mal überlegen bin ob ich mal ein paar waffen kaufen soll slicer mit breiten stahl und zeitgesteuerten minen naja dann nehme ich lieber mal den hydrazine industrie brenner also der bundesbrenner so und der ist jetzt auf drei cool cool haben wir ein paar waffen weil es immer eintönig ist zwar mit dem cutter aber ist immer so eintönig aber wir müssen da wieder raus und ich weiß nicht warum wir jetzt auf mittel spielen vielleicht stellt das spiel das selbst ein leck mich macht die türbord auf so guten abend die nachrichten wieder mal die zentrifuge luft kann wieso haben wir denn jetzt platz die zentrifuge dort ich kann mir vorstellen was das ist die zentrifuge und ohne die zentrifuge die das schiff im gleichgewicht hält wird der gravitationsschlag uns runter zur kolonie ziehen ich werde jetzt mal nachsehen ob ich was reparieren kann anscheinend hat er es für eine weile geschafft aber dann nicht lange weil sonst müssten wir ja nicht hier noch arbeiten hier so eine werkbank 1200 ein bisschen munition aus ein bisschen credits strahl munition anscheinend ist sie sehr selten ist egal ähm ich gebe da einen scheiß drauf warte mal aber so öffnet sich das nicht ne naja die kontamination aktivieren die kontaminationssequenz aktiviert bitte warten die kontaminieren wir doch mal ins die kontaminieren wir einfach alles naja du warst jetzt nicht so der geizte hier ja da brennt da wo einer nein ja lesen open okay also ja 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 moment ja Ja, wir kommen. vielen dank für ihre geduld naja geduld was anderes ist aber gar nicht so spannend ach jetzt können wir da hinten raus wir haben in den zwei knoten plasma cutter die kappa ist natürlich immer zwei die brauchen wir gleich luft für um 20 sekunden verlängert die ripper natürlich können wir hier schaden und körper erhöhen natürlich ist nett hier haben wir auch kapazität nachladen geht schneller und die kapazität auch erhöht aber wirklich brauchen tun wir es im momenten doch nicht Tenten nö technologiebuch äh wo war denn hier die munition das war es oder was achso die haben wir im inventar wahrscheinlich schon ah wie cool ok ja ne ach cool wir können die auch warte mal können wir die auch so in safe packen warte ne ok ok cool don't go don't go it alone take ok es zu rein es zu rein es zu rein es zu rein penis take penis und vor allem notvorräte ja wir haben energie getoten ja aber natürlich jetzt in luft rein gesetzt ne oh ich kann mich schon wieder in den tod beißen ne ich werde die kappe erhöhen können oh 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 auch weiter super ich hätte einfach mal nachladen müssen, East vollidiot So щit Boas ist Halbleiter gut die könnten jetzt zurückrennen das tun wir auch tut mir sorry für die Leute die sagen, ne geh jetzt zurück zurück, aber A, haben wir zwei Energieknoten B, haben wir einen Halbleiter, den wir so jetzt im Moment nicht benötigen weil der, äh, den können wir gut zu Geld machen und die, das Geld brauchen bald nicht zum haben wir hier, jo, cool mach auf da und so lange dauert es nicht ne, da streche ich mich mal unter gestern kam mit 22 Minuten die Folge gut, ich hab jetzt guckt jetzt auch nicht auf die Uhr, es ist jetzt so viel spät und ich hab jetzt von hier äh äh das trinken und dann ich weiß nicht warum, wieso der es auf Mittel setzt hm, muss ich nochmal das Internet durchgucken hm, Halbleiter 3000 kriegen wir da nur na gut äh Luftkanister in safe Starzapack in self weil, äh, dann haben wir die schon mal safe dann haben wir wieder zwei Plätze frei die Ripper und der Flamme Flamme der Ripper, der kommt in safe erstmal nur beim nächsten Mal ab demnächst mal wird es halt dich haben ja geil werden so, äh, und dann wieder runter macht ihr auf er kann ja jetzt hier mal eben was trinken macht ihr auch, macht ihr zu ich habe jetzt mittlerweile alle drei der Dead Space Teile also den ersten den zweiten habe ich auf CD und den dritten habe ich Barrajin und ich werde aber nur den ersten Teil spielen weil die anderen beiden sollen nicht so gut sein ich glaube, den werden die gleich dann privat durchspielen weil, naja, gut ich könnte wenn ich wollte auch hier jetzt ähm den zweiten danach anfangen die Leichen so weg äh, aber weiß ich da gibt es lieber Puffer für andere Spiele die sich dann wohl eher nochmal lohnen wie gesagt ich habe nur gehört dass der dritte Teil oder der zweite Teil der nicht so Horror mäßig sind wo ich nur sagen muss naja, der, 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 der ist hier auch nicht so Horror mäßig muss ich ganz ehrlich sagen ich hätte die Strein scheiß Pistole mitnehmen müssen naja weil weiß ich nicht so save point weil hier hinter wer hätte es erwartet Ende der Schwerelosigkeit 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 das finde ich so geil das finde ich so hammergeil dieses schwerelosigkeit ich finde das so geil ich könnte mich glaube ich hier Stunden aufhalten einfach nur hier so du hast ihn auch mal wer würde das wer würde das nicht selber machen wollen dieses einfach nur innerluft schwerelos gefällt aber nur auf also da brauchen wir nur ach so ja dauerstoff brauchen wir nur ja in der frischen umlaufbahn in der umlaufbahn brauchen wir nur das darum ganz vorsichtig juhu das ist so geil ich finde das so geil ich finde das so hammergeil geblutet schon wieder ein völlig schwerelosigkeitspart wow ey dicker alter deine zähne alter die sind ja richtig heftig lech so wie du lech so wie du juhu völlig flugmäßig ok aber ich kann mir vorstellen ich guck mich ja mal eben kurz hier um so der sprung hier ist ja so gesehen dass so ein sprung fällt luft ok ich verstehe das ist sauerstoff ne ok ok das war so irgendwie so klar so klar wie Schausbrühe am morgen am morgen am morgen zentrifugenantrieb offline bitte bringen sie das generatormodul manual an und kehren sie dann zu der Transformation ach so vier stück ok guys das kriegen wir auch noch hin generatormodul angebracht zentrifugenantrieb wieder hergestellt so camp wie du mieser camper kannst du mal aus dem bild gehen danke na 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 gut gut dann springe ich halt einfach so hin das ist so geil ich finde das voll cool man voll porno man was ist das ist das ist da so aber warte mal ich jetzt genau überlege wenn die Zentrifuge an ist Zentrifuge aktiviert Gravitationsausfahrt für die planetare Fracht wieder aufgebaut Eintritt ins Vakuum war klar darum auch ich idiot klar eine Zentrifuge Jan ja ich renne da einfach los 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 pst oh geil hammer warte mal hier hat es mich erwischt hier hat es mich erwischt darum auch der Kanister hier Zentrifuge aktiviert Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut Gravitation wieder hergestellt Eintritt ins Vakuum Warte da kommt es an nein das überlebe ich nicht das überlebe ich so nein 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 ich höre die nicht ok ok so was muss ich machen weiter oder was boah da kommt was naja naja ich weiß nicht wo ich was ich machen muss ich glaube ich muss hier raus glaub ich muss hier raus glaub ich muss hier raus Ende des Vakuums ho naja also äh wir haben es schon mal so geschafft hoffe ich ich weiß es nicht weil die Zentrifuge soll an dass wir ähm nicht ins Weltall abdreffen äh auf die Erde knallen also auf den Planeten knallen also auf den Planeten knallen oder auf die Erde knallen ähm ob es jetzt richtig war ja es war richtig taten titten Sache nein 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 was los was 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 Ey, Alter! Wie soll man das schaffen? Ich kann mal meine Kamera... Ey, kann die Maus nicht... Die Waffe nicht steuern. Zum Glück habe ich gerade gespeichert, verdammte Scheiße, Mann! Alter... Dieses Viech... Die machen wir eben im Schnitt. Bis gleich! Bis morgen! Bis zur nächsten Folge! Haut rein!